Dysfunktionalen Uterusblutungen, die beste Behandlungoptionen Anomale Behandlung Es ist wichtig, Ihren Arzt zu informieren, wenn Sie Anomale haben. Es gibt viele Möglichkeiten, es zu helfen, zu behandeln. Bluten kann in der Regel mit Medikamenten verwaltet werden Blutungen zu verringern und oder Hormontherapie entweder stoppen oder Menstruationsperioden zu regeln. Die chirurgische Behandlung für Blutungen reserviert, die mit der Medizin oder Hormontherapie nicht gesteuert werden kann. Akute, schwere Uteriner Blutungen Schwere Blutungen der Gebärmutter ist in der Regel als Notfall mit einem kurzen Kurs von hochdosierten Östrogentherapie behandelt. Wenn das nicht wirksam in seltenen Fällen ist eine kühre Tage, D und C, kann die Gebärmutter von Gewebe zu löschen erfolgen. Bei Bedarf wird eine Bluttransfersien verwendet, um schnell benötigte Blutvolumen wiederherzustellen. Wenn Sie schwere Uteriner Blutungen behandelt werden, Sie und Ihr Arzt kann dann eine Behandlung wählen, die für einen längeren Zeitraum sicher ist. Laufende Uteriner Blutungen Ihr Alter, die Ursache für Ihre Krankheit, und alle zukünftigen Pläne für die Schwangerschaft werden die Behandlungsmöglichkeiten für Sie auswirken. Wenn Sie ein Teenager sind, können Sie Ihre Perioden erwarten mehr regelmäßig zu werden, wie Sie Ihren Körper reift. Sie können wählen, zu warten und sehen, ob Ihre Periode regelmäßiger geworden. Wenn Sie eine Behandlung benötigen, kann Ihr Arzt gestalten oder die Pille verschreiben zu Ihrem Zyklus zu regulieren. Wenn Sie nicht regelmäßig Eisprung sind, ist es schwierig, vorherzusagen, wie lange Ihre abnorme Blutungen dauern wird, bis Sie Perioden anhalten zu müssen vollständig, Menopause. Wenn Sie eine Behandlung benötigen, kann Ihr Arzt Ihnen eine Hormontherapie geben, wie die Pille oder ein hormonelles OOB, Ihren Zyklus zu regulieren. Wenn Sie keine zukunftgebärfähigen Pläne haben und haben schwere Symptome, können Sie für die chirurgische Behandlung entscheiden, um Ihre Gebärmutter, Hysterektomie, zu entfernen oder die Gebärmutter-Schleimhaut, Endometrium-Applation, zu zerstören. Wenn Sie regelmäßig Eisprung haben abnorme Blutungen und planen in Zukunft, schwanger zu werden, mit Ihrem Arzt über Ihre Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Je nach Ursache der Blutung, kann er oder Sie Behandlungen wie Gestalgen oder Geburtenkontrolle Pillen empfehlen oder eine Hystaskopie Polypen oder Mämmen zu entfernen. Wenn Sie in Zukunft keine Schwangerschaft vorhaben, können Sie Endometrium-Applation oder Hysterektomie prüfen, ob eine andere Behandlung hilft nicht. Verursacht dysfunktionalen Uterusblutungen Es gibt zwei Arten von dysfunktionalen Uterusblutungen Anovolatory nicht-ovolating, die von einem niedrigen Niveau des Hormons Progestern Progestern ist notwendig für das OV regelmäßig ein Ei freizugeben, ovulation, sowie zur Regulierung des Menstruationsblutung. Niedrige Progestern verursacht unregelmäßigen und starken Menstruationsblutungen Diese Art von dysfunktionalen Uterusblutungen ist üblich, vor dem Alter von 20 und nach dem 40. Lebensjahr, per Menopause. Während dieser Zeit des Übergangs in die und aus den fruchtbaren Jahren, ist es normal für Progestern-Spiegel variabel ist. Ovulatorischen So viele wie 10% der Frauen haben ovulating dysfunktionalen Uterusblutungen trotz normaler Progestern und andere Hormone haben. In diesen Fällen kann keine hormonelle oder andere Ursache gefunden werden. Experten nicht vollständig verstehen, diese Art von dysfunktionalen Uterusblutungen und seine Ursachen. Symptome von dysfunktionalen Uterusblutungen Sie können dysfunktionalen Uterusblutungen haben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Symptome haben. Menstruationsblutungen, die häufiger auftritt als alle 21 Tage oder weiter auseinander als 35 Tage, eine normale Menstruationszyklus beträgt 24 bis 35 Tage lang. Menstruationsblutungen, die länger als 7 Tage, in der Regel 4 bis 6 Tage, dauert. Blutverlust von über 80 ml jedes Menstruationszyklus, normalerweise etwa 30 ml. Wenn Sie große Klumpen gehen oder sich ein großes Polster pro Stunde 8 Stunden einweichen, wird die Blutung schwer betrachtet. Kategorien von Dysfunctional Bleeding Östrogenentzugsblutung, Östrogendurchbruchblutungen, Progestonentzugsblutungen und Progestondurchbruchblutung.4 Dysfunktional Uterusblutungen können in vier Kategorien unterteilt werden. Östrogenzurücknahme Bluten Diese Art von Blutungen können nach bilateraler Auphorektomie auftreten, Strahlung von reifen Follikeln, Chemotherapie bei malenden Erkrankungen, oder die Verabreichung von Östrogen auf eine kastrierte Frau nach Absetzen der Therapie gefolgt. Mit Küglisch B kann auf den Rückgang der Östrogen sekundären auftreten, die den Eisprung vorausgeht. Östrogendurchbruchbluten Diese Art von Blutungen ist ein Ergebnis der Menge an Östrogen, die das Endometrium zu stimulieren. Niedrige Konzentrationen von Östrogenergebnissen intermittieren dann Späck, die verlängert werden kann, aber leicht ist, in der Regel in der Menge des Flusses. Hohe Konzentrationen von Östrogen für längere Zeiträume führen zu langen Perioden der Aminoräu durch akute Gefolgt, oft schwer, mit übermäßigen Blutverlustblutungen. Progesterwahnanzugsblutung Die Entfernung des Korpus luteum oder Verwaltung und dann Absetzen von Progesterwahn oder ein non-öströgnig-synthetisches Gestagenergebnis in Endometrium-Schüppung. Für Progesterwahnentzug auftreten Blutungen, muss das Endometrium zunächst durch endogene oder exogene Östrogen stark vermehrt werden. Progesterwahnentzugsblutung auftritt, wenn Östrogentherapie fortgesetzt wird, nachdem Progesterwahn zurückgezogen wird. Nur Östrogenspiegel von 10- bis 20-facher Verzögerung Progesterwahnentzugsblutung erhöht. Progesterwahn-Durchbruchbluten Dies tritt bei einer abnormal hohen Verhältnis von Progesterwahn zu Östrogen. Kontinuierliche Progesterwahntherapie ohne ausreichende Östrogen führt zu Blutungen variabler Dauer also in niedrig dosierten Östrogendurchbruchblutungen gesehen. Dies ist das Muster von Blutungen, die mit langwirksamen Progestin-only-Verhütungsmethoden wie Nopplant und Stepoprovra und Progestin-only-Pyr zu sehen ist. Dysfunktionalen Uterusblutungenbehandlung Progesterwahn wurde Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, um zu verhindern gezeigt, die Blutung dysfunctional verhindert. Verwendendes Lofonogestriub, das löst eine progestin-ähnliche, synthetische Hormone in den Uterus. Dies reduziert Blutungen während der Schwangerschaft zu verhindern. Hormonbehandlung Ein kurzer Kurs von hochdosierten Östrogen-Therapie wird oft verwendet, gefährlich schwere Blutung zu stoppen. Selten verwendete Medikamente, die Östrogenproduktion und Demenstruation, wie Gonadotropin-Releasing-Hormone oder Danazol stoppen. Diese Medikamente verursachen schwere Nebenwirkungen sind aber in Sonderfällen eingesetzt. Chirurgie, wie Kyretage, T und C, für kurzfristige Linderung von schweren Blutungen oder Endometrium-Applation für eine längerfristige Linderung von Blutungen. Im Falle einer schweren Uterusblutungen, Bluttransfusion kann schnell eingesetzt werden, um benötigte Blutvolumen wieder her, bevor eine längerfristige Behandlung verwendet wird. In unkontrollierbare Fälle von Uterusblutungen, kann die Gebärmutter entfernt. Behandlungsmöglichkeiten Chirurgie Eine Operation ist für die Behandlung von dysfunktionalen Uterusblutungen im Allgemeinen reserviert, die nicht mit Medikamenten kontrolliert werden kann. Diagnose Die Diagnose von Anomala ist eine Diagnose durch Ausschluss von Gebärmutter oder medizinische Pathologie gemacht. Die erste und wichtigste Schritt in den diagnostischen Prozess wird eine körperliche Untersuchung zu erhalten und eine detaillierte Anamnese mit einer eingehenden Verständnis der Menstruationseigenschaften des Patienten. Bemühungen Menstruationsblutverlust zu quantifizieren, von Patienten und Ärzte haben sich als ungenau dargestellt. Etwa die Hälfte der Frauen übermäßige Menstruationsblutverluste in Wirklichkeit Berichterstattung nicht ungewöhnlich viel Blutungen haben. Behandlung Östrogens In Fällen, in denen Blutungen verlängert wurde und nicht genügend Gewebe für Progestinaktion wird Östrogentherapie indiziert schnelle Wachstum des Endometriums zu bewirken. Eine weitere Wirkung von Östrogen ist Blutgerinnung an der kapillare Ebene zu stimulieren. Gistagene In der jugendlichen und biremen Obaussaalzeit, ist es nicht ungewöhnlich, dass Frauen allsprung oder nicht in der Lage, entweder nicht ausreichend Korpusluteumfunktion aufrecht zu erhalten. Progestin-Occul-Diversa Progestin oder Lifonogestril kann direkt auf das Endometrium mit Gestagen enthalten der intrauterine Empfängnisverhütungsvorrichtungen geliefert werden. Antifibrinolytica Antifibrinolytica sind potente Inhibitoren der Fibrinolyse und sind von so viel wie 50% Menstruationsblutverlust zu verringern, gezeigt. Diese Behandlung ist ein letzter Ausweg für Patienten mit Gerinnungsproblemen.